Berlin, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten hat Jonas' schwerer Unfall sein Leben komplett verändert. Und er ist seitdem auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. Als DJ John C. befand er sich beruflich auf der Überholspur, und auch privat lief es rund. Jonas verliebte sich zu den Vorbereitungen für seine B4-Scharf-Party in Security-Chefin Flo. Doch dann wendete sich das Blatt. Bei dem Event stürzte Jonas von einem der Türme mehrere Meter in die Tiefe. Anschließend kam er mit schweren Verletzungen am Rückenmark in das Jeremias-Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Als Marens Sohn aus dem künstlichen Koma erwachte, konnte er seine Beine nicht mehr bewegen. Obwohl die Ärzte alles Mögliche taten, ist Jonas seitdem querschnittsgelähmt. Dank guter Fortschritte durfte er endlich wieder nach Hause. Da Jonas auf einen Rollstuhl angewiesen ist, muss er sich allerdings auf ein neues Leben einrichten. Wie die GZSZ-Vorschau bereits zeigt, sieht sich Jonas dabei mit zahlreichen Einschränkungen und Herausforderungen konfrontiert. Unterstützt wird er dabei von Moritz und Luis. Als die beiden ihn aus dem Rollstuhl hieven und ihn gemeinsam die Treppe in der WG heruntertragen, rutscht Moritz allerdings ab. Dabei lässt er Jonas fallen. Glück im Unglück. Zwar segelt der gefeierte DJ die letzten Stufen hinunter, aber Schlimmeres passiert nicht. GZSZ, Maren will den Notarzt rufen Maren. Micha und Tobias überlegen indes, ob sie die Treppe verlegen können. Für die teuren Umbauarbeiten muss WL vorher zustimmen. Als die drei den Stumpfen auf Prall hören, eilen sie direkt zu Hilfe. Während für Jonas alles in Ordnung ist, will Maren den Notarzt rufen. Ma, entspann dich mal. Was soll denn noch passieren? Konfrontiert er seine Mutter. Michi will sicher gehen und meint, wir lassen das auf jeden Fall abchecken. Was soll das auf jeden Fall abchecken?